Hi, grüßt euch. Heute machen wir einen Metaxe Cocktail und ihr erzählt, es ist super lecker. Wir beginnen wie immer, Eiswurfen. Danach an die Metaxe. Wir machen dann ein Sherry Branding. Ein Kammel zu sehen. Ein Kammel zu sehen. Puh, ein Kammel zu sehen. Puh, ein Kammel zu sehen. Puh, ein Kammel zu sehen. Ein kleines Schlechtzeichen. Puh, ein kleiner Schlechtzeichen. Puh, ein kleines Sieg. Und wir sind fertig zum probieren. Und heute wie gesagt, super legal. Danke zum Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.